Moin und Willkommen zurück zu einer neuen Runde Hunt Showdown. Wir sind hier im Lawson-Delta unterwegs, da ist ein zufälliges Trio. Wir suchen ihn zum Heim nach der Butcher. Und... oder... Das ist natürlich gefährlich laut. Hin und wieder starten hier ja auch zwei Teams. Es geht schon, da war alles gut zu sagen. Das Team-Mate-Mitglied ist jetzt auch unterwegs. Also viel Lärm. Das Team-Mate-Mitglied ist jetzt sicherlich. Das Team-Matik. Das Team-Matik. Das Team-Mate-Mitglied ist zu fach. Das Team-Mate-Mitglied wird hier im St.B. Da muss man im Grunde auch aufpassen, das ist auch ein besiegler Spot. Was sagen, wo ist dein Kopf? In der Erde war er ja. Da wollen wir nur gucken. Da geht's. Da geht's. Das ist nicht ganz so weit weg Ich dürfte im Gefängnis sein Die Frage, machen die da so viel Lärm, weil da der Boss ist? Oder machen die da so viel Lärm, einfach nur weil es PvP ist? Oder beides? Der Dach! Lass mich durch! Ich bin Arzt! Das war's für mich! Ich bin Arzt! Der Dach! 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 Was war das von da? 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 Was ist das? 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 Was ist das?